Es ist wieder Ferienzeit und uns erreichen entsprechend viele Anfragen betreffend am Thema zu arbeiten in den Ferien. Ferien sind da, um sich zu erholen. Wir raten darum grundsätzlich davon ab, bei den Ferien zu arbeiten. Es sollte das aber aus organisatorischen Gründen und aufgrund einer Dringlichkeit einer Aufgaben nicht möglich sein und man z.B. eine E-Mail anschauen oder ein Dokument bearbeiten, dann ist das möglich. In diesem Fall muss man das aber auch ganz klar als Arbeitszeit deklarieren.